so da bin ich wieder und ja drei bären müssen wir jetzt irgendwie umhauen ich werde den jetzt aber trotzdem beschwören ok da müssen wir jetzt vollgasflammen machen ich mache vielleicht mal das Schild und ja ich muss jetzt irgendwie dahin und die einfach nur und in die Aune ja rückwärts, scheiße los, scheiße, die haben keine Mana dann haben wir noch Tränke ja auch meine Mana aber noch einen von vorne ist alles so klar oh oh ich dachte die haben die ja schon wieder getötet oh warte 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 die sind aber auch aggressiv ey leck mich am Arsch so das hätten wir jetzt aber komm Lydia steh auf das hast du ganz toll gemacht Lydia hat wieder getankt also jetzt brauchen wir mal ein bisschen Kerzenschein würde ich sagen ein Jäger haben wir hier noch ja schwarze Pfeil Band 2 ok das nehmen wir mal mit eine Truhe salz der leer salz der leer ok das musste ich holen ok einfach nur so eine kleine scheiß Schüssel mit Salz wow ich warte mal die Pilze nehmen wir noch mit also weiter geht es hier glaube ich gar nicht ne ist das Erz? jo wow und Corundum Erz ah da ja ich weiß gar nicht für was für Rüstung man das braucht hier irgendwo hinter nein gibt es auch noch was ne jo ein Erz wow da muss ich mal echt in den Höhlen mehr drauf achten glaube ich dass ich diese beschissenen Erze da mitnehme falls da welche sind mach hinne da so Licht haben wir auch wieder an hier licht noch ein Hirsch rum nehmen wir auch einfach mal mit das hier weiter wow wow Truhe oh wie einfach ne ja ist aber auch nichts besonderes drinne aber haben wir alles mitgenommen so ja dann war das das schon alles hier oder was das war ja nicht gerade viel naja mein Gott dafür so einen weiten Weg nur um so ne kleine Höhle drei Bären zu töten eieieieiei naja zumindest haben wir das dann fertig gucken wir mal was wir bekommen ähm ja Moment so ja eben war ja schon sehr heftig für so ein riesener 1000 Gold zu bekommen das fand ich schon krass muss ich sagen das lohnt sich ja zumal ich aber im Moment eh noch nicht weiß wozu ich das ganze Gold da irgendwann mal brauchen werde aber naja wir werden sehen wir werden es sehen wir werden es sehen los mach hin ich werde die scheiß Quest abgeben nach Schnee wäre auch schon wieder okay haben wir das nicht schon mal hier alles gepflückt oder wächst das so schnell nach wächst das überhaupt nach das würde mich immer interessieren weil das weiß ich nämlich nicht also falls wer von euch da was weiß jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut sagt mir mal Bescheid ich nehme nicht gerne Befehle von an ihr hier eure Salze das ist die erste gute Nachricht seit ich vor einem Jahr die Segel gesetzt habe hier ist euer Anteil boah schon wieder 1000 Gold du wow guten Tag Freund ok der hat nichts der Hammerhart ey schon wieder 1000 Gold kriegt also die Quest hier gefallen mir die Frage ist was machen wir jetzt wollen wir mal hier reinlatschen in die Miene das würde mich mal interessieren was hier so drinne ist können wir eigentlich mal machen machen wir das aber irgendwie mal komm schon komm schon dann machen wir das so mal hier sind ich habe mir irgendwas ah jo kann ich sogar abbauen klauen wir den mal die Miene leer wa mit einer wie viel Kohle haben wir denn jetzt eigentlich jetzt können wir wieder über 13.000 wow was machen wir gehen wir mal kurz hier hoch gucken Ich glaube, ich brauche mir erstmal ein bisschen Licht hier. Wie, das kann ich einfach so alles nehmen, oder was? Hm, komisch. Dass ja keiner was sagt. Ja, klo mir nicht die Sachen weg. Lydia, du hast nichts gesehen. Ja, nehmen wir das Erz da auch noch hier weg. Mensch, das ist ja super. Dann gehen wir doch in die andere Mine auch gleich rein. Gut. Hallo. Ist ja gut, dass ich das auch abbauen kann hier bei euch. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nee, hier ist nichts. Nix, nix. Hier ist noch was. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ich hoffe, ich komme hier heil wieder raus. Muss ja nicht, dass wir beim Rausgehen das alles abgeben müssen, wa? Lydia, steck dir mal ein bisschen in die Socken rein. Wir schmuggeln das hier raus. Wir müssen das Geld fürs Haus wieder reinkriegen. Es gibt jede Menge Eisen auszugraben. So, pass doch auf. Ey, hau ab da. Das will ich ja bauen. Fühlt ihr euch krank? Nein, warum? Habe ich eine Krankheit, oder was? Knochenbrecherfieber, okay. Dann muss ich wohl mal hier so zum Dix wieder hin, wa? Ja, ey, scheiße, man. Der Typ will da nicht weggehen, glaube ich. Hm. Können wir den irgendwie da wegscheuchen, oder? Drohnen, oder? Können wir das nehmen? Ja, das können wir nehmen. Ich sag einfach, lass uns mal die Plätze wechseln. Kann er halt hier weitermachen, wenn's leer ist. Oder muss ich ihm einfach mal eine reinhauen, ey? Ich weiß es nicht. Gehen wir dahin. Jo, er ist weg. Ja, perfekt. Komm, hau rein. So, und jetzt raus hier. Und wer einer petzt das? Ich schürfe. Arbeite in der Schmelzhütte. Wesentlich mehr gibt es nicht zu sagen. Ist da oben was? Ne. Und weg hier. Hier ist nix mehr, ne? Ich glaube, jetzt bin ich auch mal spannend. Obwohl er da einfach so abhauen können. Haben wir erstmal alles weggeklaut, da. Oh, hier ist keiner, ne? Lalalala. Ich hab nix gemacht. Habt ihr diese Kriege aus Hammerfell gesehen? Sie haben gebogene Schwerte. So, und dann gleich in der nächste Mine, würde ich sagen. Bin wir doch irgendwo hier oben, ne? Ah, da ist sie ja. Da ist sie ja. Ja, da sind ja nicht mal irgendwelche Monster drin. Gar nix, Mensch. Wahnsinn. Okay. Das machen wir beim nächsten Part. Bis gleich.